Session 43. Allowing God to build Christian character. 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 Und dann die nächste Nacht, als sie so besieht sich selbst, dann fragt er uns die Nobba. Und sie wusste nicht, dass ich die Nobba und seine Frau hatte aufgetreten, zum Jahr drei. Sie fragt mich fort und fragt, ob sie sein Freund konnte mich schatten. Ja, zei ich genau. So glücklich, dass sie die Frau sich doelte, dann sagte er, ich will sie, dass du so meine Frau kriegst. Oh, zei ich dir an, kannst du mir sagen, was ich früh verleihe? Wo soll ich das weiter? Ich sage, wenn du das nicht weißt, hast du kein Recht, die Frau trinkt zu haben. Du bist ein klug am Morgen, und ich weiß, dass wenn du weißt, dann weißt du das. So, ich will gleich, wenn du die mal abschreiben willst, wo ich dich verleihe. Und das kann ich dir gleich nicht sagen. Ich sage, ich will das als zwei Werk nehmen, das ganz Sandersoi alle inschreiben. Und wenn ich eine Gedanke beste, dann erst abkneu ist und vielleicht Gott ihm noch mehr Gedanken geben. Aber das rein alle Papiers. Und dann kam er mit dort. So, zwei Werk Leute haben wir einen ganz anderen Ankel bei uns. Ich habe meine Liste von 75 Dingen. Ja. Und er sagt, ich schäme mich damit. Und ich sehe bloß, dass Gott, der wir ganz genäht, hier am Sanderdingen steht. Weil wir das mal erst mal anbringen. Weil du das in 75 Dingen denkst, die du in die Früh gedoen hast. Dann doen wir das, was es sagt in Matthäus 25, 40 und 45. Da hast du kräg zu Jezus gedoen. So haben wir das erst einmal drei gestalten. Denken wir das? Und dann, ich sehe sie dann in die Früh vor. Und dann, ich sehe sie, dass alle einen Brief nachdenken. Und schreibe sie in die Früh mal ein Brief. Und dann mit dem Brief bringen. Und dann sehe ich noch ein Ding. Die nachdenken. Die nachdenken. Die nachdenken. Die waren vorhin mit in die Haus kommen, zum Seinemann bei dir. Und ich will gleich, wenn die wirst rein fast vernehmen. Du wirst nicht ein negatief Ding sein bei dir in die Früh. Wenn sie wollen weiten, warum das geworden ist, dann wirst alle Schuld auf die Zelt nehmen. Du bist der hoge Priester in deinem. Du wirst die Schuld abnehmen. Karakt ist Jezus an die Schuld abnehmen deinem. So, wenn du von der Früh redest, da ist bloß Goudsrede. Wenn du von der Zelt redest, da ist die mitbeschuldig. Und dann muss ich noch etwas Besucher machen. Und dann geht es mit dem Brief nach. Er war immer zwei Monate später. Er wurde die Tante mir ab. Er fragte sie als ich kann mit der Hand kommen. Ich sagte, joh. Und als sie sich doos sahen, sie dachten, wenn ich ihr Mann helfen will, dann ist der ganz weiseste Kanzel auf die meisten Informationen gebot. Nun wundert sie, sie können mit meiner Informationen geben. Well, sieh ich zu ihr. Verr ist er die Zeit, weil ich gleich ein Brief leise. Und lasse ich ihr den Brief. Und so hielt sie los. Ich zei, ist es noch etwas, was ich noch fehlt, was er für jeden hat? Nope, sagt er. Ich habe alles da oben und danach mei. Und ich wusste, was er hat gewusst. Und in dem Brief hat er, was ich oft gefragt hat, für all das. Hat er gesagt, dass er wir ein Gout. Und dass er von nun anbeweist ist, dass er etwas klar wird. All das so ein Ding ist da. Und dann ist sie, als sie ein Stoetje wieder in dieser Lange warst, dann kommen sie top für mit Kanzling. Und dann, wenn jemand von sie mich ab und fragt, ist, ich würde Frieden geben, um ihr Mann mal zufriedenstück zu kriegen. Ja. Und dann, wenn ich sie mit ihnen. Und so glücklich, als ich es von oben abgehangen habe, fand ich die Arme ab. Ich wollte schön nachdem, als er eine Verzeuge hat. Und sie hat die Arme, ob er da reicht nichts mehr, ist, was sie die Frieden gibt. Wenn sie die Kroge hat, zufriedenstück, dann ist sie bloß zufriedenstück. Das ist nichts. Und da war freundlich Anrede. Und das ist alles. Und dann, wenn man das Lothar hat, dann krogen sie an die Arme zu unkast. Das ist das, was ich mir selbst zu denken. Und dann wird es nie ein Münder, dass sie wieder direkt top werden. Nun sind sie fast top, sie sind gute Frems, sie freien sich. Aber die werden sich sogar in Dala freien, wenn sie so viel sind in der Kenia. In der Kenia. So, was braucht das, um den Hügel Priester zu sein? Weil wir nicht top werden, den Nächsten schuldigen, was ich schuldig sehe. Das erste Ding, was ich glaube, wie soll es tun, wenn ich ans Euer, ist das topstehende, was wir haben. Wenn wir nicht topstehende, dann schafft das nicht. Dann ist das Schild das Große, wenn Gott nicht zu uns kon reden. Gott, ich kon alles seinen. Weil wir mal kracht, dass wir zuerst tun, was wir glauben, Gott an uns seinen erhält. Und dann, wenn wir das daunen. Und dann, als wir hier feilen, mal im Spiel ticken, und mal kracht sein, weil wir uns sperren. So, dass Gott, das kon uns hier sein. Und das dürfen wir nicht, wenn Gott das halbe. Hei, wenn das Gott. Das dürfen wir, wenn uns in das halbe. Da, wenn wir da. Es sind viele Psalmen, die wir haben, wo King David anfängt, mit dollheit, sich zu sprechen, nach Gott. Er ist rein verdrisslich. Er weiß nicht, wo er handelt, mit all das. Und dann, auf den Eing, von jeder Psalm, dann wird es, wenn er sich, was er trägt, nach Jesus, nach Gott. Und sagt, er weiß über das Gott, die erste Jansja, was er an Hand hat. Wenn wir ein paar Psalmen nehmen, zum sagen, was ich da sage, wird es vielleicht ein bisschen verschrauben, wenn wir das erst mal sehen, muss es dort sein. In Psalm 10, da sagt er, zu Gott, Gott, da muss ich die Hand anheben. Und dann wird er, zuerst machen, mit dem Schilder, bis er steht, dem Arm. Er hört sich ziemlich, ziemlich passig. Gott kann es ihm sehr gut verstehen. Und so, er hat sich ein paar Wundern über David gesagt, er hat bloß noch am Hörchen. Und auf einen von den Psalmen, dann hat er wieder ein paar Gans mit einem anderen Zandhub. Noch ein, der Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich ganz verlassen? Ich schrei dir die Dagen nach in den Schuhen, die ich nicht hierher kann. Mössens von mir, je beder bloß bei den Beinen gehen, nicht wieder. Gott, er weet goud genug, was es in die Stadt speert. Durch Jezus hat er das rein alle ervor. Jezus ist prachlich, dass die Schwierigkeit am Krieg nicht wieder ankommt. Das bedeutet aber, aber er sagt, Gott, nicht mein Wesen, aber dienen. Psalm 54. Diene Gedanken, sagt er, die doene am Harts auf Trübel. Er kann gar nicht danach schlafen. Sein Hort ist bloß rein voll Angst und Trudigkeit und so weiter. Das ist sehr, sehr weinig. Dass es von ihm behandelt ist worden, dass er bloß nicht ständen kann. So, dass es gar nicht so eine Erfahrung ist, dass er nicht so eine Erfahrung hat. Und bei einem Psalm, wenn er noch geht, wo er sein wird, dass er immer hat, als ich war, hat er gestaltet. Psalm 69 sagt er zu Gott, du musst dein Eier mal utgeiten auf diese Menschen. Du musst große, du musst viel an dem Napdampen. Du musst ihr Schöte tragen. Und das wäre viel der Tide, was es dafür der Anerdeck von seiner Fiend. Und er muss dort in die Cave setzen und er muss hungern und wird kalt. Und alle sind, die sind in der Lage gestaltet, wie Heiberne. Und er hat mir gar nicht nur das Herz aufschleucht. Psalm 140 So, dass Gott der Dämon nicht wisst, was uns das wäre. Ja, das wäre nun 440, 100 Jahre 3. Well, so das erste Ding ist, dass Toastor und Erdal ist. Besonders zu Gott, wenn er im Spiel kiegt. Das zweite Ding ist, den er mit Sach zu nehmen. Jakobus, der seine Jäfte ans ein paar Ursachen verdaut. Und Jakobus ein, ne, ein, tien. Wie sie alle schwinden sind und zum Hörchen. Und Sachs sind und zum Reden. Und Sachs sind und zum Eure. Die drei Dinge, die Jakobus ans Verhaule. Meine Papa hat auch vor, ich kann nur dort fahrt, weil er antwortet, dass seine Jungen mit um eine Tour-Liede zeiten. Gott, das ist auch sehr, 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 sehr. Und in Matthäus 18, 23 bis 35, da haben wir die Geschichte von wo ein Mann die Haar viel schuldig wäre. Und er hat noch eine Haar, und die Haar sagt, Er hat auch, du bist bei all dem Geld schuldig. Und das scheint es, wenn er niemand zu betolen ist. So, was ich will dann, ist, ich will gleich deine Frau in Kenya aus Schlauwen nehmen. Und dann, zu verkämpfen, aus Schlauwen, wenn ich mehr Geld kann in drei Kriegen. Und dann fällt ein Mensch, verzin, hart und alles. Und Praag hat Gott. Das Gott, oder das Mann, hat er noch ein klein bisschen gelegt. Und dann wird er noch ein bisschen Geld verdienen und seine Schuld aufzuholen. Und dann wird er auch nicht gewonnen. Dann wird er noch keine Schuld aufzuholen. Das wird alle schuldig bleiben. Und so, der hat ihm aufheben und sagt, ich will bloß mal deine Schuld strikken und dann geht er hier in drei Kriegen. Und dann wird er noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann wird er noch ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie ich das hier verhaalte, ich habe, das reicht hier einmal. Weil wir wissen, wie ich das hier verhaalte, ich habe bloß nicht gereicht, ich habe immer ein paar Mal, dann sehe ich, ich bin froh, dass ich genug bin, ich habe es genug, um das mal zu erreichen. Das ist spätig, wenn ein ganzes Walk von einem aufgehoben ist. Ein ganzes Wicht. Well, diesmal in Matthäus 8, ich habe es so gesehen. Und wenn er sich nicht geht, dann traf er ein Mitbruder, was ihm ein Kleenbeet schuldig ist. Weil er muss sein, dem Haar, wie er 10.000 schuldig. Das ist er, wie er ihm 10 Dollar schuldig. Er packt ihm Furt im Kroger an und sagt, du tollst mich. Und der Mann sagt, ich habe ein Beet Geduld, ich will das alle aufzuholen. Nope. Ich möchte ihm Furt im Gefängnis nehmen. Und er sagt, im Gefängnis kann er nichts verdienen. Zudem hat er ewiglich zu sie gestalt. Furt noch die Haar, am alles gestrickt hat. Und dann seine andere dort. Und gönne er nach dem Haar und vertalte ihm dort. Und dann kroch die Haar am Wallet weg. Und sagt er, was meinst du, mit was du gedone hast? Erst gestrickt die Aller der Schuld. Und du kannst die Mitbrüder nicht in Klinbeet strecken. So wenn wir uns als Männer und hoge Priester stehren und über wem, dann wollen wir uns erst fragen, über was der Gott sich mit mir stehren. Was hat mich alle gestrickt? Und dann wollen wir uns als Kappenbeet trechstellen und dann demnächst und das können wir vergeben, wenn er Jesus an so viel vergeben hat. Und dann sagt er, die Haar zu diesem Mann, extra die Aller daat, und da ist die Aller nicht für ihr, für ein klein bestes, so nu wo ich die Schuld, weil er treu auf ihnen Schulden abdäunen. Und dann sagt er, die Ziele Soldaten, nu nehm den und kweil den für immer. Und dann in Vers 35 sagt Jesus, und so wird Gott dem himmlischen Vater dort machen mit ihm jeder, was er nicht seinen Bruder kann vom Horte vergeben. Das ist eine große Lohn. So mit Schulden euren Antassen, du hast nicht viel biblische Support für und gestatten für. Die Bibel wird das sein Leben. Und du hast eine Wunderschmacht, wo ich wieder so lange mit dort, dass ich noch am Ramm taße daunen. An ganzer Seel im Leben zu sein, zum Gott lochte ein Kresel jetzt Karakter bühe an uns. Kärvi dort daunen. Sind wie sie dort eingestellt. Bouchauf dort bei uns. Haff Gott den Weile mit uns oder Haff er nicht. He war so jeren hat wie Ziele so die Hüge Priester sind. Da wurde als die Familie in Fruis Nora in Nora in Jezus traken. Und we war an Jan am Dach mit der Familie viel andere angebracht hat. In Glatte feier 19 sagt er ein dauernd, dauernd verlangen hat, dass die Jesus besser kann. Sämmern, was vielleicht trübelhaft mit Drugs, oder Schnaps, oder Oya, oder was immer das, wir haben ein dauernd, dauernd verlangen zum dem Bruder zu helfen, und mit dem Biestunde, so dass sie das kann überwinden, und kann sicherlich die Hüge Priester sein in sein Heim. In Klasse 3, 19, haben wir noch ein paar fahrt, und da sagt Paulus, wenn wir uns Jesus im Hort nehmen, das Grot ist, wenn wir in Ola verretna Stenkejarrack auftraten, und dann uns ganz näher auftraten. So endet das an mit uns. So dass wir dort rein fast in uns Kappenhort haben. Manchmal dann wunder ich, als wir manchmal ein bisschen stracheln mit was, oder wir dürfen mit stracheln. Ich sage, so viel mal habe ich jemanden gehört, das war in mir gekommen, und ich wüsste nicht nicht, habe ich jemals Jesus in mein Kappenhort benen, nicht gekracht. Und ich sage, so es muss zu Ende, das Grot ist, das Grot ist, dass wir dort, als wenn ich jemanden in mein Haus nennenkriege. Und wenn ich nicht stoppe das, wenn ich dir da hängen und tun mache, dann weht du die Spanne, und ich weht die Spanne. So klar, sagt Jesus, so wie arm in uns Kappenhort in Kappenhrenkroge. Offenbarung 3.20, da haben wir das Bild von wo Jesus bei uns der Hort ist, der stondert, und klappert an. Und dann sagt er bloß, wenn ich aufwachen zu mir, und die schlacht ist an der Bannerkant, nicht an der Bannerkant der. Dann wo ich nachkommen, wir wurden Tei drin getaubt, wir wurden eine Freundschaft abbüren, und dann wo ich für das Ewige Port von Ewigkeit getaubt sein. Du wirst mich gleich, kriegst es auch die gleiche vor. Und dann an Janemdach, wenn wir im Himmel sind, das zeigt, in 1. Korinther 3.20, in 1. von dem Kapitel, dass dann wo wir alles verstanden, kriegst es gut und klar, als Gott uns verstanden kann. Dann wo wir kriegst es in der Bannerkant schworgen für uns. Und was Gott dadurch will erreden. Und dann das dritte ding ist, dass wir uns ein bisschen uns denksystem ändern. Das ist was es. to es. Because ans oja problem das they have this they have wartle and a ganz dypere sort feiling business what we have. und das ist was glib von Gott. Mein oja ist mit das verbunden was ich von Gott glib. Kratis das man was dem Haar viel schuldig wie. Das hat ein Teil mit zu tun mit was glib von dem Haar. Wenn ich schuldig sehe, gel schuldig sehe, und wenn ich glib dass die mensch schuldig dann wird ganz anders bezahne sein. Ich wüsste die hat viel genoel in die Familie und Eva. Und so nun muss ich mein Denksystem ganz ändern. Das sagt in Rijma das twafte Kapitel die tweede Farge das sagt bloß dass die zelle ans kap ans den so fresh ab machen so nie treigst alle sodat wir nicht ansteunen zu dieser welt beheben und wir leben in ansteunst dass das meint bloß außerlich das meint mehr schins innerlich das büderste hat meis nus te tun das büderste hat rein alles te tun wo sind wir von büder eingestellt zu Gott wo do wie mit der welt mit machen innerlich da ist die große frage wenn wir ansteunen treigst alle mit Gott ansteunen kap dann kann wir vom hohe Gott seine wähle da dann kann wir direkt finden was seine wähle für uns ist wenn jemand am wander da kann wir gehen dann kann er das geben ein bis bes geben er hat eine junge frühe die konnte mit mir spazieren und sie hat ein kleines Kind sie war ganz befreit und ich sehe dass mir das weiseste kounsel was ich gebe wird auf die meiste information wird nach irgende information was ich so weite für die kounsel geben sie hat mit fünf jungen Männer am gange hat als sexually actor mit irgendein von und die sind pregnant und sie hat sie hat ich mein ganz mind habe gemacht ich war nicht mit Gott zu tun oh ich wo ich vroeg ihm ich mein ganz leichte waage mit Kind zu welt bringen und ich hatte 49 Stunden schrakel je weit alt so ich lebe Gott an die kam du seht du hast mit vief jungen am gang gehabt hast du jemals dort und Gott bekannt no dann kann Gott dich in de hinsicht sehen dann hast du die der to je hole ich als von menschen sei ich du viel bete ob er nie muss jesus persönlich im kapp und hat ne gekrocht dat ist das was wenn ich jesus biet der stöne laut biet bis die stimme dat und ich will hierin mit help hier im huis und ich schlute mich da op und jesus steht da und sagt lobe me an und dann work mit die tipp alle die ober tippen do im huis wenn ich da steht dann kann er beden mit dem mit me zu wohnen da und das ist ein ganz anderes verhältnis weil als die junge Frau dort einmal antworte man einmal hast ich kann die sich ganz am ändern und sich fresh ab machen zu Gott mit der tipp dann werden die nie gedanken nie bringen die die wird empfangen mein ganze denk system change und dann wird das ich verhau change und das ich rede wird alles am ändern alles wird nie er wach kriegen meine feiling wird eben ändern und ich will nicht was ich da und sei ab feiling bühe because meine feiling ist ein dag das weg nächste nach dem weg ich wach wach von morgens sind sei ja später noch abstoh an tiet have nicht mit feiling te down because das ein blot ab und sei und das hand her und die dinge die woher hofft sind door ab bühe die feiling die woher dann manchmal kommen und manchmal nicht und das so that either way is a fan als wie gläuwe down dat uns ganz hier sind in dinge trage stahlen dat met gut down have oder dat met dinge woher we band sind down have or zare von in down have or andere mensen down have dat is so basic that have mit dem grunt door stahlen wat me macht down inside what I do and so who is my and my ganze oia is to mit and that gewartelt so what is the oorzaak for my oia is it what God have done is it what work the log work bann is or is it have it with other mens to do well I will eind in reine klar stale here and that is dit reine China kann man when ek my oia dat is kein andrem zine schult God have alle von uns in frie welle geeft ek kon entschede kerake down wat mens je done have je zicht have oder whatever wat de log es wik bann zi dat have nusht wat te done met min oia min oia have bloos met mine instelling te do dat is kein andrem zine schult ek wik nach to be an mond hod de kyrst dich befreed man einmal found to me up to be 11 up 19 am zindach in fracht is echen kon be dat eine restaurant traf to koff ek de ture he wald z skwach has in fru as al hand kome over de dide up an 140 and zet is dide zine hod up an koffel nap and knall to dash nap check zine fru on and doll head and zah du moks me zo doll zah mire moll and zah koffel do knall at the other mansion wot am restaurant we check to all an once and wonder what act to do no hod met a mire fru ik koss to mor mire morgens mire mire komme so ik kan krak dese sach durek 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 oh so is allah mire schuld ik said ik kan nis van schuld gered ik wanne bloes als du koss mire mire komme na konflik ik durek niet toe haf niet met flik te do no he said dat is dat eenmaal in zin geduid met eenmaal had die man veel oezer te troon schade because dan dacht him al die ding wat hij do had wat blouse weet besied om streek weer zelang is dat een ander dat echt het woord toast en bus don dat is het vierde ding en dat is ook waar hij meen zei dit meent dat hij met alles die dingen wat in een schwar ramje tast en boven ramje genocht en alles in alles staat wat in de to gut dingen traag maken even die dingen wat in oien haf to gut je zaag wat je traag stelen dus maar rein alles en zon is dat is meersens reed wat to god dat is waar meers van het her komt dat meent dat een wat bus don en wat een vals van god gelijft haf een wat dingen traag riemen wo een niet of god fall to vre geschenkt er is een taunt die komen me en die zeer dat zij had failed dingen wat er simpelig bad riemen van wie tre geket en dan zei ik bis die mensen start ik zei bus daar moet twee liste opmaken en dit kan je met june frend op toon want wat jens andere vergeven en god zei wie tre i wat in bed jen gena gemak schreef horen en och en die list van all die dingen wat jens vergeven en dan dan krijgt dat wat Jacobus 5 6 zei waar we met anderen biedeile so dat we kenne gehouwd worden en dan zei to en dan wat de andere met mij beten Und wenn man in der Bibel sagt, Jesus sagt, wenn man ein Mensch will singen, oder heilen, oder mit Motorsprache, dann will er uns schieren. Und dann nimmt er mit dem Hing und wird es mit dem Dirk verdienen. So eine Dinge starten, sind sehr, sehr meaningful. Haben alle mit uns Verhältnissen mit Gott zu tun. Auf dem Hing ist das Hing. Well, wenn wir dabei lassen, und wenn wir uns geholfen haben, um Gebet. Himmlische Vorder, du kannst gerade sein, was in jeder Einfurt von uns ein Karp und Harte verhält. Du weißt, wie wir strafeln, du weißt, was für Dinge uns schwer sind, du weißt, was für Dinge wir uns viel öhren. Und ich bete, dass du uns von uns morgens rein ganz rein machen möchtest. So wir können uns mit einer reine Harte, in der reine Karp, können die hoge Priester sein, was du uns Haus berufen zu sein. Gott, ich bete, dass wir uns die anderen in uns Leben nennemen, weil wir uns an Hilfe verhält. Dass wir uns schuldig machen können, dass jemand hier, gerade du es an, in Jacobus 5, 6, 1. Dankeschön für das. In Jesu nomen. Amen. Bis dahin. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020